Fest der Nationen. Christen aus allen fünf Kontinenten feiern das Reformationsfest und die Magrafenkirche St. Johannes hat ganz in der Nähe der Bayreuther Eremitage täglich offene Türen. Das sind die Themen unserer Sendung und damit ein herzliches Grüß Gott Oberfranken. Willkommen zum Evangelischen Magazin bei TVO. Reformation und die eine Welt, so laute das Motto des auslaufenden Themenjahres der Luther-Dekade. Ein Jahr vor dem großen Reformationsjubiläum 2017 steht dabei die Gemeinschaft zwischen Christen auf der ganzen Welt im Mittelpunkt. Das nahm der Kirchenkreis Bayreuth zum Anlass, um die Partnerschaftsgemeinden zu einem großen Fest einzuladen. Aus Ungarn, Malaysia, Brasilien oder Tansania. Gäste aus der ganzen Welt versammelten sich zum Reformationsfest in Bayreuth, um miteinander ihren Glauben und ihr Leben zu teilen. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Was man hierzulande nur aus dem Auktionshaus kennt, ist in Tansania ein üblicher Brauch. Die Gottesdienstbesucher bringen etwas mit, was dann direkt nach dem Gottesdienst versteigert wird. Wer bietet mehr? Der Erlös finanziert die Arbeit der Gemeinden vor Ort. Die Versteigerung mit tansanischen Pfarrern gab es jetzt auch in Bayreuth. Sie ist das besondere Highlight nach dem großen interkulturellen Gottesdienst zum Reformationsfest. Christen aus allen fünf Kontinenten versammeln sich in der Bayreuther Stadtkirche. Befreundete Gemeinden aus Papua-Neuguinea, Tansania, Ungarn oder Brasilien. Alle sind zeitgleich in Kirchengemeinden des oberfränkischen Kirchenkreises zu Gast. Die ganze Welt in einer Kirche. Ein Bild über die Einheit von Christen, das in Erinnerung bleibt. Das bedeutet sehr viel. Und das ist das Wichtigste. Das Wichtigste dabei ist, dass durch unser Glaube an Jesus sind wir eins. Denn Gott hat Jesus als seinen Sohn zu uns, also in die Welt gesendet, damit wir alle erlöst werden und ein werden. Als Zeichen der Verbundenheit über alle Grenzen steigt der evangelisch-lutherische Bischof Tansanias auf die Kanzel. Er betont die Einheit der Christen. Alle seien junge Reformatoren, die sich durch den Glauben jeden Tag erneuern lassen dürfen. Darum sei jeder Tag ein Reformationstag. Sich gegenseitig gute Worte zusprechen oder singen. Dafür gibt nicht nur der gemeinsame Gottesdienst viel Raum. Freundschaften werden beim Partnerschaftsfest gefestigt und Beziehungen gepflegt. Die erste Gruppe, die kam, war die aus Liberia. Und die brachte mir ein ganz kleines Geschenk. Und das war eine Flagge. Und auf der einen Seite war die liberianische Fahne. Und auf der anderen Seite die deutsche und in der Mitte die Lutherrose und in der Mitte das Kreuz. Das war so symbolhaft zu zeigen. Wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Aber im Kreuz, im gekreuzigten, auferstandenen Jesus, da treffen wir uns. Gegen alle Verunsicherungen der Zeit zeigt das gemeinsame Teilen von Brot und Wein eine besondere Hoffnungsbotschaft. Eins in Christus, Glauben und Leben teilen, war der Leitspruch des großen interkulturellen Festes. Eine gute Gelegenheit, sich gegenseitig Mut zu machen. Den Christen hier möchte ich Ihnen sagen, dass sie stark an ihrem Glauben halten sollen. Und dass sie sich davon nicht scheuen, über Glauben zu erzählen. Und auch, dass die anderen Menschen, Menschen von anderen Kulturen auch einladen. Vom gesungenen Kollektengebet aus Tansania bis zum gregorianischen Gesang. Ganz unterschiedliche Elemente finden Platz im Gottesdienst der Nationen. Kulturen schmelzen zusammen und bereichern sich gegenseitig. Der Besuch in Tansania hat viel in mir verändert. Ich habe da Christen wahrgenommen, die mit ganzem Ernst Christ sind. Und Frauen kommen wunderschön gekleidet mit ihrer Bibel in der Hand zum Gottesdienst. Und wenn man dann sagt, wir predigen heute über ein Bibelwort aus dem Philippabrief, dann schlagen sie in ihrer Bibel nach und finden den Philippabrief. Manches können wir von den Tansaniern lernen. 40, Größe 40 ungefähr. Auch im Versteigern sind die tansanischen Gäste Weltklasse. In Bayreuth konnte bei der Live-Versteigerung nach dem Gottesdienst eine Kollekte von 667 Euro eingenommen werden. Ein Betrag, von dem die Gemeinde in Tansania sonst nur träumt. Dort geben die Menschen Feldfrüchte oder ein Huhn für die Gemeinde. Das ist für die armen Menschen, die kaum etwas besitzen, eine große Gabe. Aber für die Arbeit der Gemeinde lebenswichtig. Geben und Nehmen, das verbindet Menschen überall. Nicht nur über Ländergrenzen. Der Erlös der Versteigerung in Bayreuth geht übrigens direkt an die medizinische Notversorgung Tansania. Dieses Projekt unterstützt in Tansania zwei Krankenhäuser. Jetzt freue ich mich, dass heute zwei Gäste hier sind, die beim großen Partnerschaftsfest in Bayreuth mit dabei waren. Dekan Hans Peetz und Matthias Herbolzheimer aus dem Team der medizinischen Notversorgung für Tansania. Schönen guten Abend. Herr Dekan Peetz, wie haben Sie denn diesen Partnerschaftssonntag erlebt? Es war ein wunderschönes Fest, ein sehr eindrücklicher, bunter Gottesdienst, wie wir es im Beitrag gesehen haben. Vielsprachig, wirklich die Welt in der Stadtkirche in Bayreuth. Feierlich mit dem gemeinsamen Abendmahl, mit der unterschiedlichen Musik. Und am Nachmittag das Partnerschaftsfest, wo es auch um die Hintergründe, sicherlich auch um Probleme in den einzelnen Ländern ging. Ein Bild zu sehen von Liberia, von den verschiedenen Ländern. Aber auch noch einmal sich zu treffen, sich zu vergewissern. Und wir haben dann für Bayreuth und Bad Berneck, haben wir dann diese Partnerschaftsverträge zum Projekt medizinische Notversorgung Tansania für weitere fünf Jahre unterschrieben. Herr Herbussheimer, seit 20 Jahren schon engagieren Sie sich ehrenamtlich für die Partnerschaftsarbeit mit Tansania. Davon 14 Jahre als Dekanatsmissionsbeauftragter. Was macht diese Arbeit für Sie so wertvoll? Damals, wie wir das erste Mal in Tansania waren, habe ich einfach dort die Menschen kennengelernt, für die ja die Hilfe da ist. Einfach auch ihre Zufriedenheit mit dem Wenigen, was sie haben. Und auch die Sache, sie leben dort einfach im Jetzt und sind froh, dass sie den Tag über die Runden kriegen, dass sie ihre Familie durchkriegen. Und genau für diese Leute ist diese Hilfe. Herr Dekan, Sie sind auch schon zweimal mit einer Delegation nach Tansania gereist. Würden Sie sagen, dass dieser Besuch Sie verändert hat? Ja, zunächst ist dieses Afrika-Fieber entzündet worden, das wahrscheinlich jeden Pakt, der hinreist, man sollte wirklich hinfahren. Und die Begeisterung, die Menschen, ihre Freundlichkeit, natürlich auch die schwierigen Situationen, da kann man nicht anders als sich dann für Afrika engagieren. Natürlich sieht man auch, wenn man einige Wochen dort war, manches bei uns, das ganze Konsumverhalten und all das, doch etwas kritischer. Herr Herr Welsheimer, das Dekanat Bayreuth versorgt ja zusammen mit dem Dekanat Bad Benek zwei Krankenhäuser mit medizinischen Hilfsmitteln. Warum sind diese Krankenhäuser so wichtig für die Menschen? Diese Krankenhäuser sind die einzige medizinische Versorgung für die Menschen dort. Wenn wir hier gewohnt sind, wir haben Hausärzte, Fachärzte und so weiter, gibt es dort nur das Krankenhaus, wo die ganze medizinische Versorgung stattfindet. Und die Leute, die gehen erstmal früh nochmal auf den Markt und wenn sie dann noch Geld übrig haben, gehen sie ins Krankenhaus. Und besonders wichtig sind die Krankenhäuser für die Leute, für die Kinder, weil die Kinder sind dort die Zukunft. Und deswegen geht es darum, dass wir denen, dass die dort wirklich gesund sind. Meine Herren, ich sage schon mal danke für den Besuch heute bei uns und vor allem danke für die wirklich wertvolle Arbeit, die Sie leisten. Liebe Zuschauer, weitere Informationen zu dem Projekt medizinische Notversorgung Tansanias finden Sie auf der unten angezeigten Internetseite. Auch die Suche nach den Schätzen der Magrafenkirchen hat uns dieses Mal nach Bayreuth geführt. Die Ursprünge der Bayreuther Pfarrkirche St. Johannes reichen bis in das 12. Jahrhundert zurück, also weit in die Zeit vor der Reformation und sogar der Gründung der Stadt Bayreuth. In alten Quellen ist zunächst von einer Kapelle die Rede, später folgte eine gotische Kirche, von der heute nur noch ein Teil erhalten ist. Denn im 18. Jahrhundert bekam St. Johannes noch einmal ein völlig neues Gesicht und gehört damit zu den Magrafenkirchen in Oberfranken. St. Johannes liegt über dem Roten Main an der Eremitage, also ganz in Hofnähe. Im 18. Jahrhundert lag das Patronat beim Landesfürsten. Den Ämtern von Maggraf Friedrich kam daher 1741 bis 1745 die Baulast für den überfälligen Neubau zu. Ich würde sagen, dass St. Johannes eine relativ typische Magrafenkirche ist. Sie hat die klassische Symmetrie. Es gibt einige, die aus baulichen Gründen abweichen, aber hier ist eigentlich so ein Grundtypus auch da. Es gibt auch Theorien, dass die Pläne für St. Johannes für viele andere Magrafenkirchen Grundlage waren und dass diese Pläne dann als Modell weiterverwendet wurden. Typisch für eine echte Magrafenkirche sind der Kanzelaltar, auf dem das Wappen des Magrafen thront, die Doppelemporen mit verbindenden, meist marmorierten Säulen und der Taufstein oder Taufengel nahe dem Altartisch. Ja, wir haben um den Kanzelaltar herum die vier Evangelisten abgebildet, als Personen, die Bücher halten und bei ihnen jeweils ein Symbol, das für sie steht. Matthäus mit dem Engel, der Markus mit dem Löwen, Johannes mit dem Adler und der Lukas mit dem Stier. Der Taufengel zeigt einen Engel, der eine Schale trägt, die Taufschale, in der das Wasser aufgefangen wird. Und die Schale ist, das ist die Besonderheit, wie eine Muschel gestaltet. Und die Muschel ist für mich so ein Symbol für den Lebensweg, den ein Mensch geht. Er beginnt seine Reise ja im geistlichen Sinne dann auch mit der Taufe. Und insofern ist es ein schönes Symbol der Engel, der natürlich beschützend und bewahrend für das Kind oder den Menschen, der sich taufen lässt, hier als Symbol steht. Außergewöhnlich schön und besonders sind in St. Johannes auch die Ornamente, die auf den Emporen der Kirche zu sehen sind. Wir haben sehr viele Blumenornamente, das ist ganz typisch für den evangelischen Barock. Blumen als Sinnbild auch der Schöpfung. Die Landesgartenschau in Bayreuth ist jetzt gerade zu Ende gegangen und da haben wir auch diese Blumenornamente einmal ganz bewusst in den Mittelpunkt unseres Flyers gerückt für die Kirche, weil einfach diese schöne Blumenornamentik ja ein Lob auf die Schöpfung ist und zeigt, wie schön unsere Welt geschaffen ist. Das war live auf der Landesgartenschau zu sehen und ist hier durch die Ornamente auch nochmal der Vergänglichkeit ein Stück weit interessen. Lässt man den Blick dann noch weiter nach oben schweifen, kommt man zur Decke, die in rosa und blau gehalten ist. Mit üppigen Verzierungen. Die Decke ist als Stuckdecke auch wieder mit Blumenornamenten geschmückt, aber wir haben auch in der Mitte eine Besonderheit. Wir haben ein Dreieck mit dem Auge, dem allessehenden Auge, ein Symbol für Gott in seiner Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das sind noch immer nicht alle Höhepunkte von St. Johannes. Ganz versteckt hinter dem Kanzelaltar befindet sich nämlich noch ein wahrer Schatz, der Chorraum. Wir haben hier die einzigen gotischen Fresken im Stadtgebiet Bayreuth und insofern sehr sehenswert. Wir werden dann an der Decke einen Christuskopf sehen und wieder die vier Evangelisten, die ihn umrunden. Einer davon ist leider einer Baumaßnahme zum Opfer gefallen, der Johannes fehlt. Der ist durch einen Deckendurchbruch zerstört worden. Was der Faszination des Raumes in keinster Weise schadet. Die Pfarrkirche St. Johannes in Bayreuth ist übrigens eine offene Kirche. Das heißt, sie ist täglich für Besucher geöffnet. Auch der bayernweite Start der 58. Aktion Brot für die Welt ist einem Besuch wert. Die Aktion wird mit einem Festgottesdienst am 1. Adventssonntag, dem 27. November, in der Stadtkirche St. Andreas in Selb eröffnet. Die Festpredigt hält Michael Barmessel, Präsident des Diakonischen Werks in Bayern. Unter dem Motto, satt ist nicht genug, setzt sich die Aktion für notleidende Menschen auf der ganzen Welt ein. Der Öffnungsgottesdienst in Selb beginnt um 10 Uhr. Pünktlich vor dem Reformationsjubiläum 2017 hat Regionalbischöfin Dorothea Greiner zusammen mit dem Bezirksheimatpfleger Günther Dippold das Buch Kleine Reformationsgeschichten, die Reformation im Kirchenkreis Bayreuth präsentiert. Verschiedene Autoren erzählen in 33 Beiträgen, wie die Reformation in den einzelnen Gemeinden des Kirchenkreises abgelaufen ist. Auf einer Lesereise stellt die Regionalbischöfin das Buch zusammen mit den Autoren vor. Wir sehen uns dann am 28. Dezember nach den Weihnachtsfeiertagen wieder. Da werden wir beim Kindermusical Archenspiel mitgenommen, in ein Archenschiff, das Platz für alle bietet. Und die Klaus-Stein-Kapelle macht uns mit ihrem Namensgeber bekannt. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine gesegnete Vorweihnachtszeit.